Freu dich auf die allerneuste DVD. Barbie und das Diamantschloss. Mit Barbie als Liana und ihrer besten Freundin Alexa. Fühl mich verwandeln, verwandeln, verwandeln. Es ist als wärst du hier für immer bei mir. Erlebe Barbie als Liana und Alexa in ihrem ersten Bestefreundinnen-Film. Gemeinsam gehen sie auf die Reise, um ihre neue Freundin Melody zu retten und entdecken das versteckte Diamantschloss. Das schönste Märchenschloss aller Zeiten. Denn unsere Freundschaft, unsere Freundschaft, unsere Freundschaft bleibt verbunden. Barbie und das Diamantschloss. Die Macht der Freundschaft. Guck dir diese DVD im Herbst mit deiner besten Freundin an.